Wir haben die Strukturen gerade diskutiert und zu der ganzen Nationalmannschaft und zu den Strukturen gehört natürlich dann die Mannschaft, die das auf dem Platz abliefern muss. Mit Hinblick auf die EM 2024 wollen wir auch auf die nächste oder mögliche Top 11 gucken, die man dann aufstellen könnte. Das haben sie ja im Vorfeld gemacht. Wir wollen uns mal ihre sportliche Elf der Zukunft beim DFB anschauen. Und das sind die Namen, die sie da aufgestellt haben. In der Defensive sehen wir rechts noch drei Fragezeichen. Da konnten sie keinen finden. Keinen, von dem ich sagen würde, das ist möglicherweise ein weltklar oder international herausragendes Spiel. Vielleicht Klostermann. Im Moment läuft es auf Klostermann zu. Der behauptet auch nicht im Übrigen, dass er den Fußball erfunden hat, sondern das ist einer, der, wenn man ihn brauchartig abliefert, vielleicht reicht es ja an der Stelle. Ein anderer fällt mir nicht ein, aber es ist der Aufruf an alle Fußballer in Deutschland, Profifußballer bis hinunter zur dritten Liga. Wenn ihr Rechtsverteidiger spielen, also rechts in der Abwehr spielen könnt, meldet euch und zeigt, dass man euch bisher übersehen hat. Denn das ist eine dramatische Schwachstelle. Und wenn man da sagen muss, dann hat man aber auch die Ausbildung in Deutschland der Nachwuchstalente nicht richtig gemacht. Weil ansonsten würde ja jemand nachkommen, der ihn sofort einfallen könnte. Auch das ist ja nicht das, seit gestern, diese Außenpositionen, die nicht besetzt sind. Mittelstürme. Aber das war nicht ein rein deutsches Problem. Weltweit ist das gemacht. Und dann haben die Lewandowskis und die Haarlands gezeigt und Bense Maas. Uh, neuner geht ja doch. Also natürlich muss in der Ausbildung einiges passieren. Auch Typen. Wo war denn bei diesem Turnier, wo war denn da richtige Führung auch auf dem Platz? Also da, auch da, Typen. Und nicht nur, wir können 26 Systeme spielen. Wir können drei, Mehmet Scholl hat das mal, ich will das nicht wiederholen, aber der hat das mal ganz klug gesagt. Also nur, nein, du brauchst, wenn du Japan plötzlich anfängst, dir auf den Füßen zu stehen, musst du sagen, nee, pass auf Jungs, jetzt machen wir Folgendes. Und auch vorangehen. Das hat mir auch gefehlt bei dieser Mannschaft jetzt. Also ich glaube, in unserem Gespräch merkt man schon ganz klar, es gibt sehr, sehr viele Baustellen beim Deutschen Fußball. Sonst wärst du nicht da, wo du bist. Definitiv. Toni Kroos, der hat mit Hinblick auf die HM-EM 2024, unabhängig von den Namen, einen Vorschlag. Das muss wirklich ab dem nächsten Länderspiel sein, weil das haben wir ja bei den letzten Turnieren immer verpasst, dass wir irgendwann mal wirklich sagen, wir haben eine klare Elf oder wenigstens eine 13 oder 14, dass wir so viel wie möglich Länderspiele auch mal mit dieser Mannschaft machen. Und dann spielt die schlecht und dann spielt die aber wieder. Dass wir einfach mal wirklich eine Formation finden, unabhängig von Namen, unabhängig. Ich hatte vorhin auch kurz mit dem Wolf Kontakt und der hat das komplett richtige Beispiel gebracht. England, Phil Voden, deren wahrscheinlich bester individueller Spieler, spielt nicht, weil er laut dem Trainer dort nicht reinpasst. So und ich finde, wir müssen dahin kommen, dass wir eine klare Elf, eine klare Zwölf mit Automatismen, offensiv wie defensiv, die weiß, wie sie reagiert auf Situationen während des Spiels. Nicht nur auf die schönen, sondern vor allem auch mal auf die schwierigen. Und wenn wir dann wirklich wissen, auch mit dieser Formation, oh, in der haben wir jetzt mal 10, 15 Spiele gemacht, dann bin ich mir auch sicher, dass wir ein Stück weit widerstandsfähiger werden können. Blicken wir nochmal also auf diese Top-Elf der Zukunft beim Deutschen Fußballbund, die Marcel Reif aufgestellt hat und gucken uns diese Namen da an, Herr Reif. Wer wäre denn in Ihrer Top-Elf hier ein solcher Spieler, der diese Führung auch wirklich übernehmen könnte, der die Mannschaft leitet, der auch mal dahin geht, wo es wehtut, der Charakter zeigt und der diese Mannschaft nach vorne treibt? Also jetzt erstmal eins vorweg, ich habe den Spaß mitgemacht, Zukunfts-Elf, wann setzt man Zukunft an? Wenn Sie mir gesagt hätten, eindeutig, wir reden nur über die EM in zwei Jahren, da hätte ich gesagt, pass auf, das, was ich da vorne gemacht habe, ist vielleicht auch noch ein bisschen sehr jung. Und nur die Jungen, also ein Wirz, ein Musiala, ein Bukoko, das ist großes Potenzial. Das ist wirklich Zukunft, aber ein bisschen weiter geguckt. Ja, aber jetzt fragen Sie mich, wo ist die Achse? Also Neuer, okay. Rüdiger, ja, okay, gut. Ja, okay, Rüdiger. Dann, ja, Kimmich, natürlich ist Kimmich, wenn Sie Kimmich bei den Bayern sehen, aber da ist er umgeben von Leuten, die verlässlich ihren Job machen können. Aber es ist eine Weltauswahl, es ist nicht deutsche Nationalmannschaft, das musst du klar wissen. Kimmich ist ein geborener Lieder, auch von seiner Art auf dem Platz. Das hat er bei diesem Turnier auch nicht hingekriegt, als der Wind kam von vorne. Die deutsche Mannschaft, die deutschen Tugenden, die hat sie eigentlich gegen Spanien gehabt. Und deswegen, sage ich ja nochmal, wenn du hoffnungslos unterlegen bist, weil du keine Talente hast, weil du keine Leute hast, die Fußball spielen können, dann würden wir hier nicht so lange rumjammern. Aber wenn du weißt, du hast doch Potenzial, du hast deine Schwachstellen, aber du hast auch Potenzial. Und wenn du das dann nicht abrufst, dann stimmt was nicht. Und da hätte es, natürlich hätte es sie alle gebraucht, aber Manuel Neuer, Torwart, das ist immer die alte Geschichte, es soll ein Torwart Kapitän sein, uninteressant. Auch der war nicht in der Weltklasseform, die er drauf hat. Deswegen, es war überhaupt niemand so richtig davon, wo ich sagen könnte, denn da habe ich gesehen, jetzt machen wir es mal. Dann ging Spanien, wussten alle, was sie tun haben, dann haben alle ihren Job gemacht und siehe da, plötzlich bist du mit einem der Mitfavoriten, bist du auf halbwegs Augenhöhe. Und mehr will ich erst mal gar nicht. Dann Glück und Matchglück und was weiß ich alles, darüber können wir dann bei Gelegenheit reden. Nur du hast wieder nicht abgerufen, was du hast. Und das, da braucht es dann, wie Toni Kroos auch sagt, er braucht es klare Strukturen in so einer Mannschaft, eine klare Hierarchie. Und dann müssen die aber, die oben stehen, müssen liefern. Und ob das so ist, Toni Kroos, ja, ich folge ihm ja ein ganzes Stück. Also wir brauchen so eine 13, festgefügt. Aber die müssen auch gut genug sein. Wenn aber natürlich, das wechselt in der Darbietung. Einmal spielt er so, das nächste Mal spielt er so. Also Sané, Gnabry. Gnabry habe ich in Ihrer Aufstellung gar nicht vorgefunden. Gucken wir nochmal drauf, auf diese Top 11. Sie wollten ja eine ganz große Zukunft. Und da kommt jetzt Wirtz und auch ein Havertz ist da und ist ein Musiala da. Jetzt sehen wir sie nochmal, Herr Ralf. So. Also Sané haben Sie aufgestellt. Ja. Gnabry fehlt. So, wir können aber auch statt Sané Gnabry hinstellen. Das sind für mich zwei Spiele, die haben zu wenig gezeigt. Auf hohem internationalen Niveau. Das ist mal Weltklasse und mal nicht Kreisklasse. Aber mal so, dass ich sage mal, was ist jetzt los? Hast du keine Lust? Oder was ist los? Sané ist ja auch das, was man ihm lange, lange schon angewendet, dass er sein Potenzial nicht richtig abhängt. Sonst wäre er schon ein ganzes Stück weiter in der Wahrnehmung, in der Weltwahrnehmung. Gnabry genau dasselbe. Der hat dann wieder eine Phase, drei Spiele bei den Bayern, wo du sagst, boah, der macht ja alles. Und dann kommen wieder Auftritte wie bei dieser WM, da war der non-existent oft genug. Und das brauchst du halt, eine Verlässlichkeit. Das, was Toni Kroos möchte, ist, dass das eine verlässliche Truppe wird. Und wie gesagt, da fehlen mir dann die Sicherheit, die Verlässlichkeit bei dem und bei dem und bei dem, eine Konstanz. Und wenn dann die Jungen, wenn die Jungen sich entpuppen, sie wollten eine Mannschaft der Zukunft, jetzt auf den Wirt zu sagen, das ist ja immer so, die Turniere, die du nicht spielst, da bist du der beste Mann der Welt. Dann wird es abgeprüft, wird jede, dreimal die Woche, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber dass der junge Kerl, dass der jetzt, der große, das muss er schon bei Leverkusen aushalten, also wenn der kommt, dann schießen wir aber alles weg. Das ist unmöglich auf hohem Niveau. Aber da merkt man ja schon, woran es fehlt. Also außer 18, 19, vielleicht 20-Jährigen hat Deutschland scheinbar keine Alternativen für eine Heim-EM in zwei Jahren. Ja, ich hätte gern eine Achse, die verlässlich ist. Stürmerk vorne gibt es keinen, aber Havertz auch. Das erste Spiel gegen Japan war Havertz nicht vorhanden. Als er gegen Costa Rica kam, hast du gesagt, wenn der so gespielt hätte gegen die Japaner und auch gegen Spanien, wenn er denn angefangen hätte, dann hätten wir die falsche Neuner bei einer, die es sehr richtig machen kann. Deswegen, das würde ich ja nicht wegtun, wenn du keinen Besseren hast. Füllkrug habe ich mit dabei, aber auch nicht mehr. Wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht den Verstand verlieren in dem Kummer über das Ausscheiden und sagen, so jetzt lassen wir mal die weg und holen. Und Füllkrug muss es dann alleine richten. Das war mir auch ein bisschen viel Buhai drumherum. Also ja, die Achse, das ist ein Geheimnis des Fußballs, nicht erst seit heute. Das fängt beim Torhüter an, Abwehr, Mittelfeld und vorne. Das hat, wenn die deutsche Mannschaft funktioniert hat und Erfolge hatte, war das immer da. Ob das jetzt aus einem Klub sein muss, ist mir wurscht. Hauptsache, sie liefern es. Es hört, Kimmich ist einer, der hat es drauf. Der ist mit weggeschwemmt worden in diesem Turnier auch und hat es nicht so abgeliefert wie bei den Bayern. Aber ansonsten brätselig ein bisschen. Ja, Kimmich hat ja auch selber damit zu kämpfen gehabt, hat sich ja auch nach dem Spiel direkt geäußert und befürchtet, dass er in ein Loch fallen könnte, weil er nicht für den Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft stehen will. Die Frage ist nur, ob dieses Problem des Fehlens an Führungsspielern nicht ein Hausgemachtes des Deutschen Fußballbundes auch ist. Herr Reif, Toni Kroos hat dazu etwas Interessantes gesagt zum Thema Führungsspieler beim Deutschen Fußballbund. Wir haben ja Leute, die laut sind. Jo Kimmich, der ist manchmal sogar zu laut, würde ich sagen. Ja, Toni Rüdiger macht den Mund auf, der Manu von hinten, Thomas sowieso. Also es liegt nicht daran, dass da nicht jemand ist, der nicht laut wird und Kommandos gibt und sich auch selbst in der Rolle sieht. Ich glaube, dass es auch ein kleines Problem zumindest ist, viele andere unterschiedliche Charaktere mitnehmen zu können. Klar, wenn der Führungsspieler selbst teilweise ein bisschen mit der Form zu kämpfen hat, geht vielleicht dann auf der anderen Seite an dieser Art, das auch auszuführen. Manchmal logischerweise ein bisschen was ab. Toni Kroos hat in dem Zuge bei diesen Interviews, die er da gegeben hat, in dieser Sendung auch gesagt, dass er immer einer war, der seine Meinung kundgetan hat, auch wenn man das beim DFB nicht so gerne gesehen hat. Aber ihm war es egal. Ist es so, dass man das beim DFB nicht gerne sieht? Blicken wir zurück. Mats Hummels zum Beispiel, der sportlich eine absolut starke Saison gespielt hat, aber des Öfteren auch Kritik laut kundgetan hat, wurde von Hansi Flick nicht nominiert. Die Erklärung von Hansi Flick war verwaschen, würde ich es jetzt mal vorsichtig formulieren. Vielleicht will man das beim DFB gar nicht. Vielleicht möchte man diese Führungsspieler, diese Charaktere auch gar nicht haben. Beim DFB, der Trainer muss es mir sagen, wie er ist für den Kader zuständig, aber auch ein Sportdirektor. Im Staff und im Kreise wird das ja diskutiert. Aber das ist keine deutsche Frage, das ist eine Frage auf der ganzen Welt, bei jedem Klub. Das können Sie runterbrechen bis zur C-Klasse. Aber wie viel Mitspracherecht, wie viel, was ist Führung? Ist das nur auf dem Platz vorwegreden oder ist das auch mal zu sagen, Trainer, lassen wir uns mal. Lassen wir uns mal fünf Minuten allein in der Kabine. Ich glaube, wir haben hier was zu besprechen. Und das werde ich jetzt da intern gleich mal antönen. Denn willst du das? Wie viel davon willst du? Wie viel, Mats Hummels macht öffentlich die Kritik. Dortmund haben sich ganz schnell beeilt, zu sagen, ja, hat intern, der hat das natürlich auch. Er macht es öffentlich, das eckt an. Das ist nicht, auch bei Mitspielern. Es gibt Mitspieler, die dann sagen, sag mal, ich höre wohl nicht recht, was machst du denn? Und dann fängt es an mit, du, aber du hast es nötig. Und der ganze Kram, das macht einen ganzen Laden kaputt. Das muss ein Trainer genau spüren. Wie viel solcher Typen brauche ich? Wie viel Lautstärke ist gut für den Erfolg der Gruppe? Es ist keine Haltungsnote und das ist mir zu laut, zu leise, sondern was ist erfolgsträchtig? Und was führt dich einen Schritt weiter? Und ich weiß nicht, ob man beim DFB, ob insgesamt beim DFB, ob man keine Kritikfähigkeit hat und ob man das nicht möchte. Ja, bei Hummels hatte ich auch den Verdacht, jetzt den nicht mitzunehmen. Möglicherweise wäre da ein bisschen mehr Stabilität in der Abwehr, die ständig geändert wurde in der Aufstellung. Ob da, vielleicht wäre das ja sinnvoll gewesen. Aber nochmal, eine Figur allein ist es nicht. Aber ja, wenn es das wäre, und das weiß ich nicht, das können wir von hier aus nicht sagen. Wenn es das ist, dass man nur Spieler haben will, die artig abnicken und sich nicht trauen, mal zu sagen, Trainer, das sehe ich aber und sehen wir mit der Mannschaft anders. Ich sage Ihnen das jetzt. Wenn das so wäre, wäre das ein Manko bei Hansi Flick. Kann ich mir aber doch schwer vorstellen. Sie haben gerade die anderen Ligen angesprochen, Herr Reif. Ich habe mal den Satz gelesen, eine Nationalmannschaft ist immer nur so gut, wie es die heimische Liga auch aktuell ist. Trifft das beim Deutschen Fußballbund mit der Bundesliga geradezu? Im Moment gerade die Bundesliga rockt doch ganz Europa. Wie viele Vertreter haben wir noch jetzt in der K.O.-Phase der Champions League? Läuft gerade ganz gut. Aber ja, wir haben Lewandowski, Haarland und Bellingham und wo kommt der erste deutsche Name dann so richtig? Ja, möglicherweise ist die Liga, mehr als die Liga an Spielern hergibt, geht nicht. Aber es ist nicht so, dass bei uns kein Fußball gespielt wird. Und dass wir nicht diese Teilen, wir haben gesehen vorhin, welche Namen es gibt. Es wird jetzt darum gehen, sich diese Stafette weiterzuhalten. Thomas Müller wird aufhören. Das ist eine Figur da vorne in der Achse, die ich vorhin dauernd hergebetet habe. Der wird aufhören. Da entsteht ein großes Loch. Das werden wir mal sehen. Musiala ist noch kein Führungsspieler. Wenn wir das verlangen, sind wir verrückt und dann machen wir dramatisch den nächsten Fehler. Also die Jungen jetzt, wie gesagt, die wirzen es und Musialas und Moukoko zu sagen, ihr rettet aber jetzt den deutschen Fußball. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm.